Helmut Siegfried Hesse war ein deutscher Ökonom, Präsident der Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Vorsitzender des Konvents der Evangelische Akademie Lokum, Ehrensenator sowie Vizepräsident Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz. Leben. Nach dem Abitur plante er zunächst ein Studium der Evangelischen Theologie, begann dann aber 1954 mit dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Nach drei Semestern wechselte er an die Christian-Albrechts-Universität Kiel, wo er 1958 sein Examen als Diplom-Volkswirt ablegte. Von 1958 bis 1966 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Münster. 1959 schloss er seine Dissertation über den Außenhandel in der Entwicklung unterentwickelter Länder unter besonderer Berücksichtigung Lateinamerikas. Ab 1965 habilitierte er sich mit der Arbeit über Strukturwandlungen im Welthandel 1950-1960-61 und erlangte die Venial-Egendi für Volkswirtschaftslehre. 1966 wurde er an die Universität Göttingen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre berufen. Ab 1969 leitete er das dortige Ibero-Amerika-Institut für Wirtschaftsforschung. 1983 war er Inhaber des Konrad-Adenauer-Lehrstuhls an der Georgetown University in Washington, D.C. Von 1985 bis 1988 war er Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Aus dem Gremium der Fünfweisen schied er jedoch im November 1988 aus, als er zum Präsidenten der Landeszentralbank der Freien Hansestadt Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ernannt wurde, deren Leitung er bis 1998 ausübte. Er war verheiratet und hatte zwei Söhne. Auszeichnungen und Preise. Seit 1989 Honorarprofessor an der Universität Göttingen. 1989 Ehrensenator der Universität Göttingen. 1994 Ehrendoktorwürde der Universität Hannover. 2004 Bernhard Harms Medaille des Instituts für Weltwirtschaft Kiel Publikationen Die Publikationstätigkeit von Helmut Hesse umfasste ein breites Themenspektrum. Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeit waren die Bereiche Außenhandel, Weltwirtschaft und Entwicklungspolitik, Geld- und Währungspolitik. sowie Finanzwissenschaft. Außerdem widmete sich Hesse auch den ethischen Aspekten der Ökonomie. Helmut Hesse der Außenhandel unterentwickelter Länder unter besonderer Berücksichtigung Lateinamerikas, Tübingen. Mohr. Helmut Hesse Strukturwandlungen im Welthandel 1950-1960-61, Tübingen. Mohr. Helmut Hesse Robert Linde Gesamtwirtschaftliche Produktionstheorie Würzburg-Wien. Physiker Helmut Hesse Hermann Sauter Entwicklungstheorie und Politik, Tübingen. Mohr. Düsseldorf Werner Helmut Hesse Arbeitsbuch Mikroökonomik, Tübingen. Helmut Hesse Oatma Essing Geld und Moral, München. Wahlen ISBN 3-800061832X Helmut Hesse Horst Kepler Andreas Schuhseil Theoretische Grundlagen der Fiscal Policy, München.